Wichtig auch für Rentner, das ändert sich 2024 in der gesetzlichen Pflege. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. In diesem Video geht es mal ganz kurz um geplante Änderungen in der gesetzlichen Pflege, die zum 1. Januar 2024 greifen sollen. Wir wissen ja, es stehen im Jahr 2024 ganz viele gesetzliche Änderungen an. Wir haben dazu auch schon einige Videos gedreht. Viele gesetzliche Änderungen zum Beispiel in Sachen Rente oder auch in finanziellen Angelegenheiten für Rentner. Bei den sozialen Rechenwerten gibt es ganz, ganz viele Änderungen. Da geht zum Beispiel das vorläufige Durchschnittsentgelt nach oben, aber auch die Beitragsbemessungsgrenzen in der Krankenversicherung, in der Rentenversicherung steigen und vieles mehr. Aber auch, es gibt Änderungen in der gesetzlichen Pflegeversicherung. Das bezieht sich nicht nur auf die Erhöhung der Pflegebeiträge, die wir seit 1. Januar 2023 bedauerlicherweise haben. Das kam ja sozusagen gleich als Faustschlag für meine lieben Millionen Rentnerinnen und Rentner mit einher, wo es ja die Rentenerhöhung gegeben hat. Da hat also der Karl Lauterbach gleich mal noch ein bisschen Geld einkassiert für die Pflegeversicherung. Aber wir wollen mal nicht meckern, sondern wir freuen uns natürlich auch, dass es im Jahr 2024 doch einige positive Änderungen in der gesetzlichen Pflege gibt. Sie wissen, die Pflege in Deutschland ist eine Teilkaskoversicherung, also keine Vollversicherung, so wie in der gesetzlichen Krankenversicherung zum Beispiel, sondern eine Teilversicherung, eine Teilkaskoversicherung im Grunde genommen. Viele Menschen, die gepflegt werden, müssen aus eigenem Vermögen hier entsprechende Mittel aufbringen. Und da gibt es auch gesetzliche Änderungen. Meine Damen und Herren, steigen wir einfach mal ein. Drei Dinge werden sich ändern. Erstens, die Leistungsbeträge werden sich zum 01.01.2024 erhöhen. Dann gibt es eine Änderung der Zuschläge bei vollstationärer Pflege. Und last but not least, die Verhinderungspflege wird sich auch ändern. Und da steigen wir einfach mal jetzt ganz einfach ein in die Leistungsbeträge. Ich habe hierzu auch einen entsprechenden Beitrag schon mal vorbereitet und möchte Ihnen da einfach mal zeigen, was sich da sozusagen ändert. Ab Januar 2024 geht es los. Wir haben hier einen Überblick. Die Pflegesachleistungen gehen nach oben bei, abhängig natürlich vom Pflegegrad, und zwar Pflegegrad 2 von 724 Euro auf 761 Euro. Das Pflegegeld geht beim Pflegegrad 2 von 316 Euro auf 332 Euro hoch. Im Pflegegrad 5 sind es dann Pflegesachleistungen 2.200 Euro, die ab 1. Januar 2024 dann gezahlt werden. Und das Pflegegeld liegt bei 947 Euro. Das ist schon sozusagen das erste Positive, was sich da ändert. Dann als zweites, was ändert sich da noch? Und zwar haben wir die Änderungen bei den Zuschlägen bei vollstationärer Pflege. Da ist es so, dass in Abhängigkeit des Leistungsbezugs und der Pflegegrade, Pflegebedürftige, die vollstationär gepflegt werden, hier einen Zuschlag nochmal bekommen zur Begrenzung des Eigenanteils an pflegebedingten Aufwendungen. Das sind also bei Pflegebedürftigen, die zum Beispiel 36 Monate schon in einem Pflegeheim waren, wird dann hier 75 Prozent des Eigenanteils übernommen durch die Pflegeversicherung. Meine Damen und Herren, wir wissen, dass das Problem mit dem Eigenanteil wirklich für viele von den zu Pflegenden, aber auch für die Familienangehörigen ein Existenzproblem ist. Deswegen ist das aus meiner Sicht auch extrem wichtig, dass wir aus dieser Teilkaskoversicherung der gesetzlichen Pflege eine Vollkaskoversicherung in entsprechender Anwendung zur gesetzlichen Krankenversicherung machen. Wir können das so nicht mehr durchhalten. Das lässt sich kaum noch finanzieren für viele Menschen, bedeutet die Pflege letzten Endes eine Armutsfalle. Ja, was ändert sich 2024 in der gesetzlichen Pflege noch? Das ist dann sozusagen auch hier nochmal ein bisschen größer gemacht. Die Verhinderungspflege wird neu geändert, geregelt und zwar vereinfacht. Die Neuregelungen gelten erst oder gelten erst mal nur für Pflegebedürftige, die einen Pflegegrad 4 und 5 haben und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Betroffenen haben dann ab dem 01.01.2024 Anspruch auf 8 Wochen Verhinderungspflege statt 6 Wochen. Und die sogenannte Vorpflegezeit als sogenannte Vorversicherungszeit für den Anspruch auf die Verhinderungspflege von 6 Monaten entfällt. Der Anspruch aus der Kurzzeitpflege kann vollständig auf die Verhinderungspflege übertragen werden. Ab dem 01.07.2025 wiederum gelten dann diese Regelungen auch für alle Pflegebedürftigen ja gerade 2 bis 5, meine Damen und Herren. Was ändert sich noch in der Zukunft? Das wiederum finde ich wieder gut. Wir haben hier eine Dynamisierung in den Leistungsbeträgen. Und zwar zum 01.01.2025 werden diese Geldbeträge, die hier sich ändern, dann auch dynamisiert und dann wahrscheinlich zum 01.01.2028 auch wieder. Meine Damen und Herren, Sie wissen, das Thema Pflege ist hochkomplex. Es ist auch hochemotional. Wer möchte schon seinen eigenen Familienangehörigen, seine Mutti, seinen Vater, seine eigenen Kinder vielleicht bei schlimmen Erkrankungen oder wie auch immer in fremde Pflege geben. Und dann kommen natürlich auch noch die Kosten dazu. Und wer das Geld einfach nicht dazu hat, der ist dann auf den Vaterstaat angewiesen, auf das Sozialamt, die dann dort eingreifen und dann möglicherweise auch Rückgriff nehmen auf die Vermögen der eigenen Kinder. Aber da gibt es auch wiederum Einschränkungen. Ich würde das nur mal so ganz allgemein sagen. Also ein hochemotionales Thema, das Thema gesetzliche Pflege. Und ich wollte Ihnen hiermit einfach nur noch mal zeigen, was so für Sie kommt, dass es doch einige Verbesserungen gibt und dass es hier auch Begrenzungen auf den Eigenanteil in der gesetzlichen Pflege, bei der vollstationären Pflege gibt. Das wiederum finde ich nicht schlecht. Aber wie sich die ganze Geschichte auch mit der Finanzierung der gesetzlichen Pflege in die Zukunft oder für die Zukunft entwickelt, das ist noch alles offen. Ich gehe davon aus, es wird alles teurer werden. Die Pflegebeiträge oder die Beitragssätze in der gesetzlichen Pflege werden sich definitiv auch nach oben bewegen. Denn eines ist klar, wir brauchen Geld für die Pflege. Das Geld kommt dann eben durch die Beiträge zur Pflegeversicherung. Und wenn da nichts mehr da ist, dann muss der Gesetzgeber mit dem entsprechenden Zuschuss eingreifen, also mit dem Bundeszuschuss. Aber da ist auch noch vieles offen. Meine Damen und Herren, ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, die Pflegeversicherung muss vollständig reformiert werden hin zu einer vollumfänglichen Vollkaskoversicherung, wie wir es in der gesetzlichen Krankenversicherung haben. Neos zum Thema Pflegeversicherung, Änderungen 2024 und auch die Wichtigkeit für Rentnerinnen und Rentner finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Denken Sie auch alle bitte daran an die Rentnerinnen und Rentner und Arbeitnehmer. Wer Angehörige pflegt, kann zusätzliche Entgeltpunkte für seine eigene Rente bekommen. Er ist unfallversichert und auch gegebenenfalls arbeitslosenversichert. Das sind ganz wichtige Punkte, die man bitte nicht vergessen darf. Die Renten oder die Entgeltpunkte für die Pflege führen auch dazu, dass sich hier Anwartschaften auf eigene Renten noch zusätzlich erhöhen. Denken Sie bitte auch an die Regelaltersgrenze. Dazu mache ich aber noch mal ein zusätzliches Video. Also meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Eine schöne Vorweihnachtszeit oder wenn das Video dann noch nach den Weihnachten kommt, natürlich dann noch ein super tolles Weihnachtsfest und auch einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr 2024. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.